Herr Baumeister liebt sein kleines Haus im Grünen. Deshalb möchte er seine Traumimmobilie energieeffizient sanieren. Doch was genau muss er tun? Wie teuer wird das? Und wo findet er passende Handwerksbetriebe und energieberatende Unternehmen? Zeit für einen Termin bei der Sparkasse Wuppertal. Im Beratungsgespräch werden Herr Baumeisters Immobiliendaten im innovativen Sparkassentool erfasst. Schon nach wenigen Klicks steht der Sanierungsbedarf fest. Sobald Finanzierung und Fördermöglichkeiten besprochen sind, findet der digitale Assistent geeignete Handwerksbetriebe und energieberatende Unternehmen. Bei der Sparkasse bekommt Herr Baumeister Lösungen aus einer Hand. So einfach geht Sanierung. Und Herr Baumeisters Traumhaus? Das wird ihn und seine Liebsten noch lange glücklich machen. Digital. Innovativ. Beratend. Die Sparkasse Wuppertal macht auch Sie zum Sanierungsvereinfacher.